So, wir haben jetzt hier die ganzen Tagesartikel. Es ist schon leicht, dämmerig, aber wir werden jetzt mal anfangen hier mit den Pyro-Klöckern, die sind eh nicht so speziell. Und noch ein alter vom Komet. So, dann geht es weiter. So, dann machen wir hier mal so einen B-Baller, müsste das sein. Nicht besonders laut. Dann machen wir hier mal D-Baller, die sind von Diamond. Die müssen noch nicht so schlecht sein eigentlich. So, dann machen wir hier mal D-Baller. So, dann geht es jetzt die La Bomba von Pyro Factory. So, dann machen wir hier mal D-Baller. So, dann haben wir jetzt hier noch die B-Baller von Veko. Der war übel gut. Und hier haben wir noch eine La Bomba. So, dann Fireballs von Miko. So. Zu rein. Blerb. So. Schnee. Dann die Pyro-Petade von Veko. Dann jetzt die Mega-Cosar von Pyro Factory. Das ist die Black Panther auch von Pyro Factory. Die brauchen wir auch nicht viele machen. Die sind wie Pyro Cracker eigentlich. Jetzt noch ein paar Silberheuler von Funke. Jetzt die Cracking-Voals von Nico. Jetzt die Laser von Veko. So. 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 So.